Was geht ab Leute, der neueste Trailer von Dragon Ball Budokai, Tanker Chief Fear, wurde auf den Game Awards herausgestellt und ich muss sagen, er ist unglaublich geil. Auch wenn es Dragon Ball Sparking Zero heißt, wissen wir alle, dass es Tanker Chief Fear ist. Ich muss nämlich sagen, der Trailer sah richtig, richtig geil aus. Endlich haben wir neues Gameplay gesehen und ich muss sagen, die Grafik sieht richtig, richtig geil aus. Nicht nur haben wir neue Charakter gesehen, neue Formen, sondern auch wie generell alles abläuft. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das Kämpfen anfühlt, ob es smooth ist oder generell einfach so ist, wie Tanker Chief 3, was schon eigentlich sehr, sehr geil ist. Ich freue mich jetzt schon, wenn man gegeneinander kämpft und die Strahlen macht und dann die ganze Zeit und deine ganzen Handflächen sind dann komplett in den Arsch gegangen. Das wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr geil. Aber was meint ihr, worauf freut ihr euch am meisten und welchen Charakter werdet ihr auf jeden Fall spielen? Schreibt es unten auf die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr auch gerne zockt und über Anime spricht. Und dann würde ich sagen, auf geht's, bis zum nächsten Video.